Fehler von Subotic! Sechste Minute! Matsukic! Der macht bei den Bayern da weiter, wo er für Kroatien bei der Europameisterschaft aufgehört hat. Dort drei Treffer und das war ein krasser Fehler, ein dicker Klops von Matsukic. Jetzt bekommt Ribery den Ball, spielt ihn sofort mit dem Außenriss. Subotic verpennt diesen Ball. Hummels kommt zu spät, weil er erwartet, dass Subotic diesen Ball bekommt. Das ist genau das, was Klopp in der Vorbereitung bemängelt hat. Die Schläfrigkeit seiner Innenverteidiger. Die wird hier sehr früh bestraft. Die Schläfrigkeit seiner Innenverteidiger. Die Schläfrigkeit der Ereinigung haben wir eine Verbreitung.